Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Also jetzt ist es Hashtag 1, also Minecraft Playstation 3 Edition. Ich werde jetzt mit dem ein Let's Play aufnehmen. Ja gut, also nur dass wir cheaten nicht. Wir sind hier gespawnt, deswegen habe ich die hier rausgenommen. Gut, wir haben ohne nichts eingestellt und jetzt bauen wir ab. Also, ich bedanke mich für die 2 Abonnenten, die mich abonniert haben. Ja, Dankeschön. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mich gleich an den ersten 2 Videos... Sorry. Okay, Ramos, sag das, was du sagen wolltest. Du bist der... Äh... Arasol. Und ich bin der Chaos Floh. Hier geht's ja. Nur in echt heißen wir nicht so. Hier mit meinem Account heiße ich Darky1inz3. Aber ich heiße in YouTube Minecrafter Epi. Ein Dorf, ein Dorf. Dann gönn es dir, Bruder. Gönn's dir. Gönn's dir. Also, wie ihr gestern gesehen habt, Siha, habe ich 2 Videos aufgenommen für ein Drehstück. Weil es geht nicht länger als 15 Minuten drin. Und ich habe ein Video 9 Minuten und 1.11. Ich finde Schmiede nicht. Noch nichts auszunehmen von der Schmiede. Die Zuschauer sollen es auch sehen. Wo ist die Schmiede? Ich finde sie nicht. Ach so. Ja, dann gibt's keine. Okay. Dann gibt's fast nicht. Alles klar. Alles klar. Hey, Bruder. Gönn dir doch das Essen von dem Militern. Also, ich gönn mir. Hey, lieber Arasul. Hier sind Karotten. Warte, 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 warte. Karotten, Karotten, Karotten. Wir wollten Endermanschen kaufen, nur hat er den falschen gekauft. Okay, er hat schon den richtigen gekauft. Das ist ein Karton für mich. Weil der Arasul stammt ja... Warte. Was habe ich gesagt? Immer einen aussprechen lassen. Gut. Okay. Damit uns die Zuschauer besser hören. So, was wollte ich jetzt sagen? Ja, gut. Äh. Also, der Arasul stammt ja vom Enderdrachen. Also Enderman und Enderdrachen. Und er ist jetzt auch ein Enderman. Aber ich habe gedacht, er nimmt sich ein Enderman-Drachenskip. Weil das gibt es ja auch so mit Flügel hinten. Und dann schaut es halt geil aus. Mit dem Flügel. Ein anderer darf da hinten. Da gibt es ein Schmiedel. Gut. Also, ich gebe dir einen Tipp. Wenn du sprintest, halt wenn du schneller gehst und springst, dann bist du schneller. Ich weiß. So. Was glaubt ihr, was hier in der Truhe ist? Und das werdet ihr alles im nächsten Video freuen. Und tschau, Leute. Dann lasst mich. Schatz. So. Warte. Ich glaube Eisen. Ich glaube Eisen. Warte. Wir öffnen es. Gar nichts. Weil ich alles genommen habe. Da du kriegst die Hose. Da. Okay. Was war alles drin? Was war alles drin? Zwei Gold und ein Sattel. Ein Sattel. Okay. Ein Sattel. Das ist gut. Wir haben nichts zum abbauen. Bau die Öfen da ab. Aber warte. 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 Das nervt. Zuerst wollen wir dann in diesem Dorf. Ja. Und dann in den nächsten Videos machen wir uns nach Hause und so. Ich glaube ich werde die Videos machen, dass sie jeden Tag kommen. Ja. Glaube ich. Ja. Jeden Tag. Zwei Videos. Oder. Drei. Zwei. Hey. Komm her. Wir wollen zusammen. Okay. Warte. 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 Wir brauchen ein größeres Haus. Nein. Das ja nicht. Nehmen wir das da hinten. Ja. Mit dem Balkon. Ah je meine. Das können wir nicht nehmen. Ja. Wurscht. Äh. Hörst du mit Zombies ein? Ich habe Eure. Ja. Hast du. Äh. Gut. Weil ich Hunger habe. Deswegen. Okay. Komm zum anderen Dorf. Drüben gibt es größere Häuser. Okay. Oder jeder hat sein Haus. Oh. Oh. Holy shit. Der nutze ich mir. Der nutze ich mir. Der nutze ich mir. Oh. Adriana. Ein kleiner Zombie. Ein kleiner Zombie. Gönn dir Bruder. Oh. Ich sterb. Nein. 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 Sorry. Ich wollte ein Zombie hauen. Okay. Ich bin der Zombie. Gib meine Sachen. Oh. Oh. Da hinten sehe ich den Bruder. Ein Enderman. Äh. Ein Enderman. Creeper. Warte. Da war mal Richard. Oh. Leute. Das war alles schwer. Kannst du mich hören? Warte. In drei Sekunden sage ich was. Eins. Zwei. Drei. Ja. Ich kann mich hören. Okay. Gut. Leute. Das war alles nur ein Scherz. Okay. Also. Wo bist du? Wo sind meine Sachen? Warte kurz. Ich muss was mit den Zuschauern reden. Oh. Oh. Ich hab den Enderman in die Augen geschlagen. Ich hab ihn extra geschlagen. Nein. Ich hab extra. Ich hab extra. Nein. Ich hab extra den Ramo geschlagen. Ich hab extra den Ramo geschlagen. Wieso sterbe ich? Immer. Bitte. Kannst du kurz leiser sein? Ich muss was mal reden. Gut. Okay. Äh. Ja. Ich hab extra auf den Ramo geschlagen. Damit ich seine Hose kriege. Und jetzt hab ich sie auch. Und er wird nichts bemerken. Also gut. Jetzt schalte ich es wieder an, dass er mich hat. In 3, 2, 1. Hallo. Hi. Wo bist du? Wo bist du? Bruder. Bruder. Ich bin hier. Siehst du mich? Holy. Holy shit. Ja komm. Na ja. GTA Videos werden wir auch drehen. Heute fange ich an. Und jetzt schalte ich es wieder an, dass er mich hat. Oder nein. GTA Videos kommen Samstags und Sonntags. Und Sonntags. Weil da ist mein spezieller Freund dabei. Der Duny Goryu. Warte, lass uns im Dorf rennen. In ein Haus. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Genau das Haus. Genau das Haus. Genau das Haus. Oh ja. Nehm. Das war Skelett. Das war Skelett. Jetzt darf ich die zurück schlafen. Okay. 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 Leute das war kein Skelett. Er hat mich nicht. Weil ich es ausgeschalten habe. Kommst bitte kurz lassen. Er hat mich nicht. Ha. Oh ja. Was du sprichst. Ha? Ja nein. Es geht nur mir und die Zuschauer. Was da. Okay mach nicht Ruhe. Es ist ja voll verschwindet. Gut. So gut. So gut. So gut. So gut. I feel you. Da kommt die Küche. Alles klar. Komm her, du kriegst du. Warte. Gehn dir Bruder. Gehn dir. Habe ich nicht das ganze. Hä? Habe ich nicht das ganze Holz in Dings verwandelt und Sticks? Gib mir einfach meine Hose. Scheiße. Er hat's bemerkt. Mit der Hose. Ha? Hast du was gehört? Nein. Okay. Hier. Hold it. Da. Da. Fuck. Bravo, baby. Legs. Sieht nichts. Nein. Nein. Was bietet der Arm? Hau ab. Für 19 Kohle. Du vergewaltigst. Eins, Marat. Vergewaltigung. Vergewaltigung. Und du kannst nichts machen. Er nickt noch mit dem Kopf. Ja gut, Leute. Ich mache kurz einen kleinen Cut. Ja, hallo. Wir sind wieder da. Es war ein kurzer Cut. Weil Ramos Internet nicht gut geht. Bestindenet, Ramo. Also, ich hatte jetzt nicht das Bestindenet, so wie Chaos 540, sondern Aerosol hat. Also, Ramo. Bestindenet. Ich gehe uns Holz fahren. Ja gut. Heute machen wir ein etwas längeres Video, weil es sind schon 11 Minuten. Das zweite Video machen wir hier BVB oder Bad Wars. Nein, nein. Das zweite Video wird noch einmal das und dann machen wir noch ein Video. Ja. Weil das ist jetzt Teil. Das ist jetzt Teil. Warte. Halt aber deine Haare. Schau. Das ist jetzt. Das ist jetzt der erste Teil und dann schreibe ich zweiter Teil. Und immer erster Teil, zweiter Teil, erster Teil, zweiter Teil. Weil es halt nicht geht. Also. Und dann werden wir, dann werden wir euch zeigen, wie BVB war. Oder ich mache jetzt gleich einen Cut und dann, ja, wir sehen uns gleich. Wir sehen uns in 3, 2, 1. 1. 2. 6.